Musik 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 Ja hallo, wir haben heute hier Ich Sieh mir eine Höhung, wo wir mit meinen Zeugnis machen Um Um Zu sein, wo hier ist mir frühe und wo ich in meinem Leben gelebt Und Mein Mann hatte mein Wie ich sie Ich sie hier von Paul Rüdo Ich sah Sonne, der Bremer Spalter Weil ja, wenn das nicht mein Reiter genommen Mein Reiter genommen ist ähnlich und eins Wo dann mein Reimer geworden sei, wenn es mein Mann sieg den 2. Mal befriedigte Mein Reiter wurde der Sterb und der 2. ist ein A Und 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 die wieder Befrieden Mein Mann sieg Frisch Wie ein Reimer Und von Can Fählen Mein Mann sieg Das ist Mein Mann sieg Das ist immer Wie ich sie Sind Die Wir sind Hier in Santa Rita Hier abgeworfen Und Tja Ein Unter mein Zeugnis Weil ich dann abgeworfen Ich Dann Abgeworfen Dann habe ich hier ein paar Rüdo Das ich will sehen Und Dann Dann In Alle In 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 schlammenden wahlkunden direkt an der frühe krieg da meine allen dort versprechen dann haben wir dort gesagt dann gehen keck war in aber groß ein quesito von euren rechnung von natra werden sein würde jungs leben holen in der karo krägte wieder immer mitgemerken dann platz noch nicht was machte mir noch viel mehr wenn ihr es kriegt wo er aus und der um uns eigentlich nach wo ich ja wo erklärt wird wird sie oder in der amerikaner tätig wird der wird krieg wollten er hat er vorhin auf einmal viel tröbel geholfen und trinken und ich habe auch viel weniger trinken und trinkt um das tröbel geholfen und so habe ich mir dort vorgenommen und auf den trinken und einmal war da kaufe ich mir dort so wappen lassen und ich habe dort noch mal so unterteilt mit ihr in der wettkrieg dann kaufe mit mir geraten und zu halten pomme ich bin ich glaube für mich haben uns mal und am letzten heute in der wüte gewesen der chef nach gerater und mir alles von füllen im ok da war mir auch gewesen der kümmerat füllen nehmen dann verbrennen wir war und so war damit mir dann eigentlich kann nicht verdreht und dann hab ich die verlöten, da wir dann irgendwie nicht hin zu Wiener haben, 2020 nie über Verlade zu haben und dann 2020 die 3. Monate, ich hab den Lut ein bisschen vergeten, ob ich habe, das ist nicht das Wichtigste, wenn ich den Lut nicht an denke, und ich hab mir die 3. Monate Hi, this is your friend, I can't get this challenge and I can't I'm on him would I have to turn my can neglect me a character and would it would got this Clara to bravo what also but do they want beer and domestic plus as I'm Ich hatte noch eine Bibel geöffnet und ich hatte den ersten Punkt, den ich früher gesagt habe, dass ich mir auf Jesus geöffnet habe. Ich war da nicht bereit für. Ich habe mir eine Bibel geöffnet und ich lese auch noch eine Bibel. Dann war es dann der dritte Monat, wo das dann ist. Ich war da nicht mehr los und ich war da nicht mehr mit mir. Ich war da nicht mehr mit mir. Ich war da nicht mehr für mich. Ich war da nicht mehr mit mir, ich wollte mich und ich wollte mich nicht mehr hören. Ich habe das nicht mehr gehört. Dann war ich auch da. Dann war ich ein Zeichner. Ich bin in der Florene. Und ich hatte auch keinen Fall zu tun. Jetzt sage ich in 1.Johannes Kapitel 1, Vers 4 sagt das, Wann wir seien, wir haben nicht gesündigt, dann sei wie dumm und Gott liegendet und singen wird es noch nicht recht in uns. Hier muss ich einmal erfahren, wir müssen tauschen, dass wir verlorene Sinne werden. Ich höre die Sünde, ich höre seine Sünde und er lasse ich nicht, wenn ich nicht höre wenige Sünde, er dachte ich, wo du weinst, er kann gerade sein, uns geht es ohne, aber trotzdem immer muss ich es ohne, denn wir sind in Sünde geboren. Hier die nächste Versorgung, dass wir verstehen werden, wenn wir unsere Sünden bekamen, dann als ich trüe in die Rache und verjahe uns die Sünden, renne ich uns von aller Eureichigkeit. So hier kann ich dann, habe ich dann noch mal erforschen, die von der Bibel und der Firma, als all das, aber ja, einmal das ist der Versorgung, dass ich mich da trauße möchte, und dass ich verstehen kann, dass ich mich tauscht tun, dass ich den Sinn verlorene Sinne wird, und dass ich das ohne, wenn ich meine Sünden bekomme, dann, dass ich dann, dass ich trüe in die Rache sage, das Versorgung. Und verjahe uns von aller Eureichigkeit. So hier, wo ich meine Säge gerade trotz, dass ich doch kann lesen, in meine Bibel, und dann, wo wir in die Jesu kommen, und dass ich auch in die Götter komme, und dass ich unter Jesus Christus, viele Menschen, die sind, da, zu von Jesus reden. aber ich wollte mir kurz ein falsch lesen das ist ein evangelium johannes kapitel 4 hier werden wir haben lesen du so sagt ganz früh ich würde es im kapitel nicht von fern und lesen aber ja einmal sagt er verspürt man das ist ein umfang in die weiten wo ich hanko in die weiten auch den wach zu haben thomas sehten am herr wie weiten nicht wo du hanker ist wo kann wie weiten und kann wie den den wach bei den geset am axi der wahl der wort hat und leben kann ich haben den fuder büder der mich ich habe uns ein klopfer stunde sein kann ich haben den fuder büder der arm und dort doch mal haben wir einmal klar haben dass wir dort schauen und das wir dort auch nehmen und hier haben wir schon gesagt haben warum wir dort schauen glauben den wach ich kurz lesen den wach wir in evangelium johannes kapitel 4 verspürt wenn ich ihn finden wenn ich meine mutter lesen als er in der wort hat wer mein wort hier in dem gläufe der mir schreckt auf auf das euer leben und kam nicht in das gereicht ob er erst vom dort leben gekommen verspürt wenn ich seite als er in der wort hat wer die als er in der worte die kam in also hier der dort ist der stamm von gott ziehen und sehen hier in worden in der wohnen dort hier in worden leben es ist ja um uns klar hier ist verspürt wenn ich sage ganz ganz klar als er in der wort hat wer mich gut hier in dem gläufe der mir schreckt auf auf das euer leben und kam nicht in das gereicht was er hier zwischen uns immer so klar uns beschrieben und wer dort wird hier das an der bibel gegründet das ganz wird gott ist und wer dort hier in der gläufe der mir schreckt auf gott hat sich im sinn gescheitert als jesus christus dort ist mir so wichtig dort wie dem brotten ohne ihn in dort wie kann du dir nach gott kommen und ja als ich auch dankeschön dort er kann mein sohn ist man da hin und dort echt muss viele werden auch nicht auf jesus chan gelegt dort immer sich entscheiden jesus die folgen und sich muss für jesus haben geben und ich kann auch jesus in der wort in und ich mache das sein dass es so schön wenn er dort kommt von einer taten ök schwor auf das lau nicht immer leid aber jesus habe die der haupt uns und wann wir in schwor der taten sein kann immer weiter jesus beden soll anzulegen werden und immer bloß sein ich hatte auch so viel mal erfuhren dort das eine große haupt immer hier meine mutter denn dann ist es schon probiert das ist nun die folgen in einem tritt ein ich sage noch dankeschön dass ich jesus nehmen denn die kunden und dann dann kann eine person mit fehler stecken jesus sind das nicht bloß gewissene erne und dann steht der wundkreige prägen er dir der dort sagt er verschieden sagt also wo du jesus denken kannst du hast alle wen arbeit zum dauernd und auch dadurch, dass es in einem Handel waren dort, äh, Läufern. Ich möchte ihm das Wort machen, weil wir fährlich gucken, und Gott sei gut, und gucken, wo wir reich leben können, wo wir reich zu tun, so. Und, äh, ich kann auch noch einmal sagen, das ist ein Sprecher, Kapitel 2, wenn ich versagt, sagt, äh, wenn ein der älteren, äh, wenn ein Kind von Kind und Reicht ablieren, äh, äh, Reicht lehren, da reichte dir, sagt, dann warte du blieb blieben. Den fahr ich vielleicht noch, hier zu lesen. Lie ein Kind, den reichten war ich gut, dann warte ich auch du blieb blieben, von der Elf wurde. Und, äh, das ist mein sehr großer großer, großer Hauptsache, um nur zu denken, worum, auf einer nicht können, von Kind und, äh, reich, gelehrt worden, und, dort wird Gottes, und, äh, ja, da du noch nicht, äh, äh, gut sein, und wir immer, nach, äh, Menschen, abzutreten, auf Nino, in diesem Fall, wie soll ich gut lernen, soll ich schon lernen, wenn du, Untertitelung des ZDF, 2020